so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die funky fountain für einen schmalen taler von 299 gekauft beim norma die habe ich mal so spontan mitgenommen ich weiß nicht das habt ihr bestimmt in der einkaufstour gesehen wenn nicht dann kommt es noch 165 gramm alter schwede das ist ordentlich das ist ganz schön ordentlich sogar und laut beschreibung sollte so chrysanthem effekte haben ich bin mal gespannt und wir gucken uns die mal an viel spaß damit jetzt wird's crazy funky soul die funky soul hat man letztes jahr ich hab die noch nicht mal hochgeladen das ist übelst krank so dann müssen wir mal gucken leute wo das hier also hier ist es zu hier ist es zu das kann sich nur stunden ja wirklich so nah und hier ist es zu machen machen wir mal die funky soul ja ich sag die ganze zeit soul weiß gar nicht was die ja hier ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020